In Deutsch. Das ist eine Kuchengabel, das ist ein Teelöffel, das ist ein Messer, das ist eine Gabel, Tasse und ich bin Köchin. Das ist ein Poulette mit Pommes. Aber Pommes? Pommes Fritz und Basses? Pommes Fritz und Basses. Basses? Pommes Fritz und Basses. Wie wir das nennen? Typisch etwas. Wir haben so... Deutschland. Vielen Dank. Lass mich Ihnen zu einem Deutschlandlern. Was ist Ihr Name? Mein Name ist Marcel, ich bin 15 Jahre alt. Und ein weiterer Deutschlandlern. Mein Name ist Philippe. Und sie werden die Namen von Vegetables in German für uns präsentieren. Okay. Das ist Blumenkohl. Kartoffeln. Zwiebeln. Berliner Bratwurst. Berliner Bratwurst. Berliner Bratwurst. Dankeschön. Es ist ein Schulprojekt. Es ist ein... Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020